Ich war schon längst wieder hinter der Wand. Okay. Leck mich. Leck mich. Ah, Drecks-Kack-Kamera, ey. Ne, das brauch ich nicht. Effe, nehm ich mit. Guck mal, ne Jukebox wär da. Hier komm ich nicht durch, okay? Ich muss hier halt auch gar nicht lang. Geh weg. Muni. Ich hab auch kein Game. Fähigkeit. Ein fähiger Hacker als Schiefer. Und ich hab keine Pistolen, Muni mehr. Okay. Das war vielleicht ein bisschen zu viel Alkohol. Ich hab mich getroffen, Null. Okay. Okay. Okay, erst alles trinken. Oh Gott, ey. Da wird mir ja sogar schlecht. Oh Leute, das tut mir so leid. Ah, gut, besser. Meine Güte. Das ist echt ne ekle Gesicht, muss ich sagen. Aber. Gibt vielleicht nen Achievement. Deswegen will ich das lieber machen. Irgendein angeheuerte Mieze wollte mir diese noblen Foxport-Klappenlimpstängel verkaufen. Ich sagte nein danke. Ich bin und bleibe immer ein Nico-Time-Raucher. Weshalb? Sie schmecken gut und kosten nicht mal die Hälfte. Wen juckt's, ob die Dinger aus Muschelschalen und Fischeiern hergestellt sind? Ich bin und Poppale. Ich bin zu vieles Gegner. Aber kein Dämoni. Der Parasit hasst 13 den freien Markt, den freien Wind und freie Menschen. Okay. Wandalismus ist ein schweres Verbrechen. Denken Sie dann, Vandalen sind Parasiten. Ich brauch die MG-Money, Leute. Ich musste das machen. Ich wollte nur ein bisschen... Wo ist jetzt der Bot hin? Oh nee, der ist jetzt im Arsch, oder? Och Mann. Irgendwas? Okay. Ich glaube, hier bin ich soweit fertig, oder? Genbank. Eben konnte ich hier noch nicht durch, oder? Ich glaube, eben konnte ich hier noch nicht durch. Oh, safe. Nach unten, nach unten, nach dort. Fertig. Nicht wirklich was drin gewesen. War da überhaupt wirklich Geld drin, so? Da. Wild Bunny von Sander Cohen. Ich will die Ohren abnehmen, doch ich kann nicht. Ich hüpfe. Und wenn ich hüpfe, komme ich nie vom Boden weg. Das ist mein Fluch. Meine ewige Verdammnis. Ich will die Ohren abnehmen, doch ich kann nicht. Das ist mein Fluch. Mein verdammter Fluch. Ich will die Ohren abnehmen. Bitte. Nimm sie ab. Bitte. Alles klar. Hier ist keiner. So. Okay. Wo waren wir noch nicht? Da waren wir jetzt überall. Ist hier irgendwas Wichtiges drin? Nee. So, das hier. Okay. Das kann ich nicht mal anwählen. Wo kommst du denn her? Also Leute, bin ich jetzt echt so dumm und seh die nicht? Oder porten die sich alle einfach? Also jetzt mal im Ernte. So, hier war ich. Okay. Hier unten war ich auch überall jetzt. Alles klar. Gut. So, da muss ich lang. Alles klar. Da mache ich jetzt erstmal den anderen Stuff. Was ich hier noch so machen kann. Hier ist ein Adam Dings. Aber ich habe ja gerade keinen Adam. Weil ich glaube ich eine Little Sister verpasst habe, oder? Ich glaube ja. Ist ein bisschen schade, aber okay. So. Nee, hier war ich auch noch nicht, ne? Es ist nicht gestattet, sich vor der Vorstellung hinter der Bühne aufzuhalten, kleine Motte. Hopp, 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 hopp. Willkommen im Zirkus der... Ha, 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 ha. Hier darf ich nicht lang, alles klar. Schon mal gut zu wissen. Nee, das lohnt sich nicht. Okay, wo bin ich hier? Sieht hier auf jeden Fall interessant aus. Oh. Oh. Rapture geht vor die Hunde. Und warum? Wegen denen immer hinter den Kulissen wirken. An der Hochschule. In den Galerien von Soho. Sogar hier unten in diesem sogenannten Utopia. Zweifler. Doch Ryan weiß Bescheid. Wir kommen gut klar miteinander. Ja, auf den Straßen fließt Blut. Ja, manchmal verschwinden Leute. Und diese schrecklichen kleinen Mädchen. Tja, die Zweifler denken eben, man könne ein Bild malen, ohne sich den Kittel zu beschmutzen. Nein. Okay. Oh nee. Nee, noch nee. Jetzt nervt doch nicht. Oh Mann. Ist sie tot? Ja, ist tot. Nice. Ach, meine Güte. Nerven solche Dinger, ey. So. So einen nach unten. Dann will ich nochmal nach unten. So. Außer ich finde keine Seiten. Okay, ich hab seitliche. Alles klar. Zack. Abgeschlossenes Seiten. Schön. Ja, ein bisschen was und Stuff haben wir da, ne? Aber auch nicht so krass viel, so. Wir bräuchten halt mehr Muni. Das ist eigentlich so grad mein Hauptziel. Haha. Vor allem meine Haupt Hoffnung, dass wir hier ein bisschen mehr Muni finden oder so. Aber das tun wir leider nicht wirklich. Ja, ein bisschen halt, ne? Aber... War da noch ne... Ne, die Erbespitz hab ich nicht mitgenommen. Dann verbrauch ich mal eben eine. Nehm die mal mit. So. So. Ja, nicht viel Muni. Dann ein bisschen Panzerbrechen für die Pistol. Ja, hier haben wir nur normale MG-Muni. Hier haben wir auch nur sieben normale Schrot-Muni. Gut, hier haben wir halt relativ viel, ne? Was ganz nice ist eigentlich. Aber das können wir halt... Das will ich mir halt safe für Big Daddy's aufsparen. Achja, hier muss ich rein. Genau, okay. Und... Ja, hier hab ich auch nicht so krass viel. Stickstoff hab ich noch. Okay. Und 37... Ja, gut, da brauch ich erst mal Nafeln, würde ich meinen. Ein bisschen was abfackeln. Ist nicht egal, welchen Weg ich geh. Ja. Was?! Ich sag dazu nichts, ne? Ich brauche ein bisschen Gesellschaft. So. Wie hier unten? Nicht Muni-Automaten? Du bist super. Du bist das Kolosseum. Du bist super. Du hast noch einen Muni-Automaten hier unten, oder? Bin ich jetzt doof. Ne, war der nicht hier? Der ist ein normaler Verkaufsautomat. Ne, der Muni-Automat war... ...noch weiter unten. Ne, da will ich jetzt nicht hinrennen. Äh, haben wir noch nicht gehackt. Dann hacken wir den mal eben. Mach mal bitte nach oben. Genau. Dann noch da. So nach oben. Den nach dort. Zack. Und jetzt nochmal. So. Und noch einen seitlichen. Wäre nice. Danke. So. Ich hab hier wieder ein bisschen Money. Dann würde ich sagen, holen wir uns... Wir haben kein... ...Munition. Merke ich gerade. Brandbolzen. Für Armbrust? Ich hab keine Armbrust. Ah, ich hab keine Armbrust. Oh. Ne, dann holen wir uns hier eigentlich nichts. Dann warten wir... ...bis wir so einen Verkaufsautomaten bekommen. Sieht doch mal so aus, als würde hier irgendwie... ...ne Kamera sein. Aber da ist keine. Okay. So. Und erneut. So. Gucken. Immerhin finden wir hier noch ein bisschen Geld. Und können es nochmal ein bisschen... ...vollheilen. Hier wäre auch der Not... Oh. Als ob. Als ob da ein Notschalter war. Hä? Muss ich das zerstören da? Ne, ne? Ich kann ja auch hier einfach lang gehen, oder? Ich hoffe. Scheint aber so... Oh, ne. Genbank. Okay. Gitarren-Solo. Ha. Also zu deiner Kritik an Anna Culpeppers neuester musikalische Entgleisung. Wieso widmest du überhaupt dieser Schreckschraube weiterhin Spalten in der Zeitung? Angesichts der großartigen Künstler, die wir in Rapture haben. Das ist mir unerklärlich. Wo sie nicht imitiert, ist sie langweilig. Wo sie nicht langweilig ist, ist sie plump. Und wo sie nicht plump ist, ist sie gefährlich. Huch! So. Hackers Delight. Freue ich nicht. Trinken von Alkohol werden keine mehr... Achso, hier können wir auch unsere... Oh! Äh, nein, 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 nein. Da wird es eine kleine Menge Gesundheit und Erwe, wenn du Schaden mit den Schrauben zufügst. Ja, das sind alle Sachen, die könnte ich machen erstmal. Entgebenbank legen. Ach, das kann ich jetzt nicht mehr machen. Ah, ist okay, 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 okay. Ja, dann hole ich mir einfach mal ein bisschen panzerbrechende Muni. Habe ich jetzt erstmal genug, glaube ich. Und... Antipersonen-Muni und Stroh. Ich kann noch mal ein bisschen so hin und her. Na, kommen wir gar nicht mal auf die Wärmesuchenden und das Ionische Gel. Bolzen kann ich mir auch schon mal holen. Haben wir schon mal welche. Oh, ich kann mir keine... Oh! Munitionsentwickler-Achievement, okay. Ah, okay, jetzt wird angezeigt, okay. Gut, dann haben wir wieder ein bisschen mehr Muni, zumindest fürs MG, etc. Wie kannst du nur glauben, ich werde jetzt mein Publikum empfangen, während ich mich gerade vorbereite. Undenkbar! Entschuldigung. So, Pist-Symonie haben wir auch im... Ja gut, Antipersonen halt ein bisschen jetzt. Ist ganz gut. Schrottsymonie haben wir halt explosiven Schrot. Hä? Hä? Äh? Ich muss da lang, aber wie komm ich da lang? Leute, Alter, seid ihr for real? Ach, Mann! Nee, ich spiel jetzt erst mal ein bisschen so. Ich brauch meine Muni, Alter. Ich hab halt keine. Da kaum welche. So. Ich glaub, wenn wir hier oben sind... Nein, nein, nein! Mach ich Schluss für heute oder so. Glaub ich. Ja. Ja, 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 mach ich. Speichern. Neue Speicherdatei. Gut, dann war's das erst mal für heute, würde ich sagen. Hallo, meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge, oder zu einer neuen Aufnahmesession, zu einem neuen Stream-Live-Let's-Play. Zu Bioshock Remastered. So sehr, wie sehr. Wir sind in Fort Frogg stehen geblieben. Ich weiß nicht mehr, was wir als letztes gemacht haben, aber wir starten einfach mal und gucken mal, wie es wird. Ich hab eben im Stream schon erwähnt, yo, ähm, es könnte sein, dass, äh, also, das ist vielleicht ein bisschen lackt, weil ich gerade streame und aufnahme gleichzeitig, sonst hab ich immer nur die, äh, den Stream exportiert auf meinen Rechner und daraus dann die Folgen geschnitten und jetzt streame und auf, äh, ne, streame ich gleichzeitig mit dem Aufnehmen und ich hoffe, das geht so. Wenn nicht, werdet ihr diese Parts jetzt nur noch in 720p kriegen, sag ich mal, weil das halt, der Stream läuft in 720p, die Aufnahme in 1080p und, ja, ich hoffe, das geht so. Ladebildschirme, ich liebe sie. Oh Gott, ist meine Maus langsam, Moment. Moment, Steuerung, Findlichkeit, bitte ein bisschen höher hier, ne? Ja, das dürfte schon um einiges besser sein. Kam ich hierher? Ich glaub, da kam ich her, oder? Ja, ich muss ja hier lang. Laut. Pfeil. Wo zur Hölle bin ich? Ich hab halt keinen Plan mehr von dem Game. Der Stream leckt des Todes. Alles klar, okay, dann muss ich... das, äh, die Aufnahme wieder stoppen. Und dann werdet ihr diese Folgen nur noch in 720p bekommen. So. So, ich hoffe, jetzt geht das... Ich versuch's ja, bitte. Noch einmal, junger Fitzpatrick. Okay. Da oben ist was. Da. Nein, nein! Cohen, du krankes Arschloch! Lass mich hier raus! Äh. Komm jetzt runter, kleine Motte. Leben. Tod. Die Bürde des Künstlers ist, es einzufangen. Okay. Sieh dir den jungen Fitzpatrick hier auf der Bühne an. Nimm deine Kamera. Fotografiere ihn so, wie er jetzt ist. So will ich ihn in Erinnerung halten. Wie geht das? Ich bin ja mal.